Oh, wo bleibt sie denn? Sie kommt sicher gleich, Catboy. So, Jungs, da bin ich. Ah, prima, ihr habt schon die Knete gebracht. Eulette hat heute Geburtstag. Wir machen für sie eine Torte. Jungs, sucht ihr euch Ausstecher aus? Die Torte soll quadratisch sein. Nein, Blumenform. Quadrat, Blume. Oh, hört auf, euch zu streiten. Wir können ja beide benutzen. Die Hälfte der Torte machen wir quadratisch, die andere Hälfte in Blumenform. Und los geht's. Was ist denn jetzt los? Oh nein, es ist kaputt. Und was jetzt? Können wir etwa keine Torte machen? Ich versuch's einfach mal mit den Händen. Oh, nee, das wird so nix. Was ist das denn für ein Lärm? Romeo baut irgendwas in seinem Garten. Hey, ich hab ne Idee. Ich bin gleich wieder da. Laster, bring die Bausteine hierher. Mein neues Haus wird super. Romeo, hallo. Ich muss dich was fragen. Äh, ja. Ähm, okay. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Hä? Gekko, warum hast du denn Romeo mitgebracht? Beruhige dich, Catboy. Ich führe nix Böses im Schilde. Ganz im Gegenteil. Heute helfe ich euch mal. Ach, das ist ja toll. Ganz was Neues. Aber wie wirst du uns denn helfen? Das wirst du gleich sehen. Äh, Romeo, ich versteh nicht, was das soll. Schau, Nicole. Damit kannst du die Knete ausrollen. Hahaha. Romeo, das ist genial. Wir wissen ja, dass Romeo sehr klug ist. Hm, wäre schön, wenn er seine Klugheit nur für gute Dinge benutzen würde. Hm, aber dieses Auto hat doch auf der Baustelle gearbeitet. Wir sollten erst mal den Zylinder sauber machen. Da hast du natürlich recht, Catboy. Ich weiß, was wir machen. Super. 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 Korrosch, lila, gelb. Wir fangen mit gelb an. Klasse! Und wie schnell das ging. Es geht los. Passt los, fräEDein, fräEDein, hide cargoes. Ah! Es geht los. Hier jackpot ist soin re Torster. Fuh. Ja. Goddel. Gör und ganz important ist es. Ä french zurück. Lila, Orange, das ist die letzte Knete. Und oben kommt noch ein Sahnehäubchen drauf. Ui, die Torte sieht klasse aus. Wenn wir Sahne drauf tun, sieht sie sogar noch toller aus. Diese Torte ist super schön geworden. Wir müssen hier aufräumen, bevor Eulette kommt. Da kommt Romeo. Schaut mal, was ich mitgebracht habe. Ein Tisch und Stühle. Dankeschön, Romeo. Ich habe Becher gebracht. Vier Stück. Romeo, du darfst auch mit uns Eulettes Geburtstag feiern. Oh, da kommt sie. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday, Eulette. Was für eine tolle Überraschung. Dankeschön.